Machercheck erklärt sich selbst. Joé. Meine Verehrung und herzlich willkommen bei Machercheck erklärt sich selbst. Heute veranstalten wir eine Fan-Aktion und zwar gibt es etwas zum Gewinnen. Verlost wird ein Machercheck-Exklusiv-Geschenkpaket unter denjenigen, die die Frage richtig beantworten. Die Antwort richtig befragen. Die Antwort richtig befragen, ist super. Ja, ich weiß nicht, ob das super ist, aber ihr wisst jetzt, was gemeint ist. Nämlich, die Frage lautet, wie heißt der Schlagzeuger von der Machercheck-Band? Ist es A, der Karl Moser, B, der Hans Valentin oder C, der Franz Löchinger? Schreibt die richtige Antwort unten in die Kommentare und mit ein bisschen Glück trudelt schon bald das Geschenkpaket bei euch zu Hause ein. Viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.